Musik Ja, die Inspiration, die hole ich mir aus meinem Leben. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich sehe den Himmel, ich sehe die Menschen. Jeder Mensch ist anders, jede Frau ist anders. Jede Frau ist eine Königin für mich, eine Prinzessin. Jeder Mann ist ein Prinz und wenn sie dann zu mir ins Atelier kommt, sehe ich den Menschen und dann geht sofort meine Fantasie los und dann weiß ich sofort, was ich mit denen mache. Ist es eher ein Wassertum, ist es eher ein Lufttum oder ist es eine Frau, die eine erotische Ausstrahlung hat? Jede Frau hat eine erotische Ausstrahlung. Jede Frau ist ein Vulkan, ein Vulkan der Liebe, aus dem es Lava spült. Und diese Lava, die bringe ich zum Vorschein, ich bringe diese Frau zum Glühen, ich bringe die Frau zum Lachen, ich bringe die Frau für die Liebe, ich hole mir meine Inspiration, ich hole mir meine Inspiration. Wenn ich einen Menschen sehe, dann inspiriert mich das. Allein das Leben, ja, das Leben inspiriert mich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020